Hallo liebe Besucher, mein Name ist Georg Kepalas und ich bin der Geschäftsführer der US-Bike Travel GmbH & Co. KG. US-Bike Travel ist ein Reiseveranstalter primär für Motorradreisen in den USA und Kanada. Der Kern unserer Arbeit sind die sogenannten geführten Touren, dicht gefolgt von den Self-Drive Touren und der Nur-Motorrad-Anmietung. Auch Touren mit Wohnmobilen, Mietwagen oder speziellen Automarken sind bei uns buchbar. Unser Team besteht hauptsächlich aus Rausenverkehrskaufleuten, also Reiseprofis. Wir sind begeisterte Motorradfahrer und von den staatlichen Organisationen der USA und Kanada ausgezeichnete Reisespezialisten. Unsere geführten Touren sind deutschsprachig und vereinen das Erlebnis Harley-Davidson-Fahren mit der schönsten Zeit im Jahr, dem Urlaub. Zu den Grund-Inklusiv-Leistungen gehören die Flüge, die Transfers, die Übernachtungen, die Motorräder ohne Selbstbeteiligung und einiges mehr. Genaue Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Unsere Motorradlieferanten sind entweder Harley-Davidson Direkt oder Eagle Rider. Wir zeigen Ihnen Metropolen wie Las Vegas, San Francisco, Seattle, Los Angeles, Denver, New Orleans, Vancouver und vieles mehr. Wir fahren an diversen historischen Orten wie Oatman, Kingman, Seligman, Cody, Buffalo, Cheyenne oder Jackson Hole vorbei. Die berühmtesten Straßen wie Route 66, Cyber Number One oder Icefield Parkway sind genauso unsere Ziele wie die atemberaubenden Nationalparks, die als Drehorte für unzählige Hollywood-Streifen in der Vergangenheit und in der Gegenwart gedient haben. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob Sie als Single, Paar oder als Clique an einer unserer Touren teilnehmen wollen. Das bleibt eine unvergessliche Traumreise. Das ist ein Versprechen. Und hier freue ich mich Ihnen einen unserer Tourguides vorzustellen. Hallo, ich bin der Brian und wir sehen uns an der Tour. Für alle Informationen, versuchen Sie unsere Homepage, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir werden auch Ihren Traum erfüllen. Geordnil